Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett zu einem ungeheuren Ungeziefer verwandelt. Er lag auf seinem panzerartig harten Rücken und sah, wenn er den Kopf ein wenig hob, seinen gewölbten braunen, vom Bogenförmigen Versteifungen geteilten Bauch, auf dessen Höhe sich die Bettdecke zum gänzlichen Niederkleiden bereit kaum noch erhalten konnte. Seine vielen im Vergleich zu seiner sonstigen Umfang kläglichen dünnen Beine flümmerten ihm hilflos vor den Augen. Steffen, das sind die ersten Sätze aus Die Verwandlung von Kafka. Kafka ist vor 100 Jahren gestorben. Wir sind der vor 100 Podcast. Und warum lässt du mich hier anmoderieren, ohne dass du wieder die Rebellion ausrufst und den Podcast übernehmen willst? Weil ich im Parallel auch noch einen Text zu diesem Thema suchte. Gut, dann lass mich aber kurz erwähnen. Vor 100 Jahren haben wir den 15.06.1924. Heute haben wir den 15.06.2024. Wir sind Luis und Steffen und ihr hört den vor 100 Podcast. Und die wievielte Folge ist das eigentlich? Die 149. Gut, dass einer vorbereitet ist. Und ja, die Folgeung gliedert sich in einen Hausmeisterteil. Da seid ihr mittendrin, der als Teil der Einleitung formiert. Danach kommen die Themen von vor 100 Jahren. Wir haben keinen Haarikar-Kästner-Teil, so viel sei jetzt schon gesagt, weil die alte Eule hat einfach mal eine Lücke in sein Tagebuch. Und dann gibt es nichts zu erzählen. Wir können ja nur, wir können ja auch so tagesaktuell berichten. Wir können ja nicht die Zukunft und deswegen, ja. Genau, und dann kommen wir dann noch zu den Themen von vor 100 Jahren gleich. Aber erst mal Hausmeisterthemen. Ja. Ich habe auch noch eine Stelle gefunden, die ich passend finde zu Gregor Samsa. Ja, oh bitte doch. Ich hatte heute Nacht einen Traum und dieser Traum war sonderbar. Luis, wenn du weißt, was ich hier gerade vorlese, dann sag es. Ich saß auf einem Erbsenbaum, weil ich im Traum ein Käfer war. Ich will kein Käfer sein, dann müsste ich um mein Leben beten. Ein Käfer, der ist winzig klein. Du würdest ihn bestimmt zertreten. Steffen, guck mich mal an, als müsste ich wissen, was er mir da erzählt. Ich will kein Käfer sein. Oh nein, nein, nein. Ich will kein Käfer sein. Er guckt mich an, grinst über beide Ohren und so. Ich weiß was, was der Luis nicht weiß und freue mich in Assam. So sieht Steffen gerade aus. Ich weiß nicht, ob ich hier mehr vorlesen darf, ohne dass die Gamer mich hier irgendwie... Nein, das wollen wir natürlich nicht. Ich habe vorgelesen von die Ärztin Käfer. Das kenne ich tatsächlich nicht. Schande, Schande. Das muss ich mir dann gleich mal anhören, wenn die Mikrofone aus sind. Das kennen wir dann natürlich aus... Ein Uraltlied. Das ist schön. Wenn die Bandmitglieder uns zuhören und mitbekommen, dass wir sie jetzt als Uralt bezeichnen. Folgendes. Ich werde mir zu Hause das Lied auch nochmal aufdrehen. Ich habe sogar die Verwandlung noch in meiner Reklamausgabe aus dem Deutschunterricht zu Hause. Habe ich noch. Und dann das Lied von aufdrehen und dann das Buch anfassen. Sehr gut. Wusstest du, dass übrigens... Ich glaube, das weiß jeder, der das weiß, sagt das dauernd. Wusstest du, dass in der Verwandlung das Wort Käfer nicht einmal auftaucht? Nee, wusste ich nicht. Solides Halbwissen. Ja, ich sag mal... Also Kafka, da ist schon... Ich war mal im Museum und wir kommen dazu später. Kafka ist schon cool irgendwie. Ich habe auch zu Hause immer meinen... Also ich habe Kafka, ein paar Erzählungen. Ich habe die Verwandlung. Ich habe auch der Prozess und das Schloss zu Hause. Immer mal alle zwei Jahre lese ich da drin rum und irgendwie... Der konnte echt schreiben. Der kann was. Wir haben so ein großes, rotes Buch da zu stehen mit sämtlichen Texten von ihm. Liegt ihr da auch drin? Weil ich finde immer so Gesamtausgaben... Ich kann sagen, ich habe mir sowas auch mal gekauft, aber mit so Gesamtausgaben... Die sind immer so groß mit so dünnen Buchstaben. Da lese ich tatsächlich weniger. Die Hemmung ist so groß. Also das Buch fällt auf. Und jedes Mal, wenn ich auf der Couch liege und mein Blick in dieses Bücherregal wandert, fällt es mir immer wieder auf. Und ich denke mir, ich habe gar keine Lust, da drin rumzublättern. Das ist aber immer mit diesen. Ich hatte zum Beispiel mal, das ist schon ewig her, da hatte man so eine Nietzsche... Nietzsches Werk in einem Buch, so ein Riesenbrocker. Und dann natürlich auch so ein Abverkauf. Gekauft mit so hauchdünnen Seiten, alles eng betrunken und da habe ich nie reingeguckt. Danach habe ich mir gesagt, so Gesamtausgaben in einem Band sind vielleicht nicht meins. Was ich gemacht habe, ist der Herr der Ringe Gesamtausgabe, also Teil 1, 2 und 3. Dieses englische Papier, was so richtig durchsichtig ist. Das hatte ich im Urlaub mit. Ich habe es nur geschafft, den ersten Teil zu lesen und den zweiten Teil angefangen. Und habe es dann aber da gelassen und einen Regal hingestellt. Und weil ich wusste, dass wir zu Hause noch eine Ausgabe haben, die schöner ist, auch mit derselben Seitennummerierung. Und da habe ich einfach zu Hause da weitergelesen. Wir fahren dieses Jahr in den Ort zurück. Ich bin gespannt, ob das Buch noch dastehen wird. Oh, da bin ich auch gespannt. Das hat mich auch sehr interessiert. Ja gut, bei Herr der Ringe, da gibt es ja auch immer wieder richtig schöne, tolle Ausgaben. Da gab es ja erstmal eine neue, tolle Ausgabe. Da hätte ich mir echt überlegt, zu holen, vielleicht mache ich das sogar noch. Wo die quasi dann mit Tolkiens eigenen Zeichnungen dann noch das angereichert haben. Ja, das hast du mir mal gesehen. Das fand ich eigentlich ganz interessant. Aber es hat immer das Problem, es hat so einen Riesenklapper. Das sind da diese, ob man es dann wirklich liest, weiß ich nicht. Ich habe es ja mal gelesen. Wir sind hier im Park, der ist etwas Rettungshubschrauber verseucht. Im Wedding, das kann man sagen. Rehberge. Ja, ist schön hier. Und ich war sehr, sehr fasziniert. Also ich habe hier früher in der Nachbarschaft gewohnt. Und ich kann mich nicht daran erinnern, wann es mal so leer war hier in diesem Park. Also ich bin gerade positiv überlegt. Also zum Aufnehmen ist das super. Ja, wir haben hier eine Bank gewählt. Die ist direkt an so einer Mauer irgendwie. Aber schön bewachsene Grün. Und hier ist keiner. Wir sitzen hier. Und wer ja nicht dieser Rettungshubschrauber, der genau rauskam, als wir angefangen haben, die Folge aufzunehmen. Wir nehmen sie rückwärts auf. Weil das ist mir eine Einleitung quasi, was wir schon erzählen. Da sind wir nach vier, fünf Jahren Podcasten draufgekommen. Und das macht irgendwie Sinn eigentlich. Das kann ich empfehlen. Also erst den Inhalt machen und dann die Einleitung. Weil magisch passt es dann zusammen. Und ich glaube, die Zwei-Minuten-Hausmeister-Themen waren jetzt schon ausgereizt. Eine Sache würde ich noch erwähnen. Und dann kommen wir zu dem Thema. Ich verspreche auch, kein neues Thema aufzubrechen dann. Wir haben ja jetzt Folge 149. Und die Folge 150 ist dann eine Jubiläumsfolge. Nicht nur, weil sie nur mal 150 ist. Man könnte spekulieren, wir haben es mit Zahlen. Vor 100 Podcast. Aber Folge 150 wird auch nicht am 15. Juli rauskommen. Sondern wir haben, das haben wir noch nicht aufgenommen. Aber wir kriegen das bestimmt hin. Am 28.06. ist der Plan, dass sie rauskommen sollen. Ja, ich meine jetzt heute ist der bei der Aufnahme. Das ist der vierte Sechste. Boah, das ist ja, unsere Verhältnisse ist ja top organisiert. Und warum machen wir das? Weil wir vor zehn Jahren vor 100 gestartet haben. Wir haben unser zehnjähriges Steffen. Ja, am 28.06. kam die erste Folge vor 100 raus. Also 2014. Und handelte vom 28.06. 1914. Ausbruch der Juli-Krise. Ja, genau. Der Attentat von Sarajevo. Und deswegen denken wir, nach zehn Jahren können wir da mal an dem Tag auch nochmal was machen. Ja. Vielleicht kommen auch alte Bekannte wieder. Man weiß es nicht. Ja. Und mit dem Schrecken und freudigen Erwartungen? Je nachdem. Aber das Gute ist dazwischen, da gibt es nichts. Ja. Kommen wir, glaube ich, gleich zu den Themen von vor 100 Jahren. So, liebe Zeitreisende. Jetzt sind wir hier an einer Stelle. Es gibt ja einen Hubschrauber. Wir nehmen jetzt schon zum zweiten Mal auf. Wir hoffen einfach, dass auf Honig ihn rausfindet. Ja. Und zwar, wir haben eine neue Reichsregierung. Dieses Thema möchte ich bitte als erstes anbringen dürfen. Darf ich das? Na gut. Danke. Neue Reichsregierung. Der alte Reichskanzler heißt Marx und Außenminister heißt Stresemann. Und der neue Reichskanzler heißt... Ja, aber der heißt doch auch Marx und Stresemann. Ja, alter Wahlen in den neuen Schläuchen. Also du würdest mir jetzt sagen, wir hatten vorletzte Folge die Auflösung der Regierung. Ja. Dann letzte Folge Neuwahlen. Und jetzt haben wir nochmal dieselbe Regierung wie vor den Neuwahlen. Und vor allen Dingen, es gab eine Wahl in der Lage. Die Regierungskoalition hat nur noch 30 Prozent der Stimmen. Und trotzdem gibt es die gleiche Regierung. Also eine Minderheitenregierung. Ja, und die muss dann immer links und rechts gucken, je nachdem, welches Thema sie hat, wo sie da vielleicht jemanden findet, der ihnen zustimmt. Okay, das klingt nicht so nach einer handlungsfähigen Regierung. Ja, das ist auch sehr frustrierend. Und das ist das, was passiert, wenn man sehr viele Parteien in so einem Parlament hat, die sich weigern, miteinander zu arbeiten. Ja, also wenn man so auch Extreme hat, wie wir es in den letzten Neuwahlen ja hatten, dass man sehr extrem linke und sehr extrem rechte Parteien vor allem gewählt hat. Und die nicht bereit sind, mit den anderen zusammenzuarbeiten. Oder wenn dann halt Parteien im einen Rand auch untereinander nicht zusammenarbeiten können. Wie zum Beispiel KPT, SPD oder die Linke und SPD heute, Fuß, Fuß. Ja, also die Regierung ist die gleiche wie vorher. Sie ist zurückgetreten. Es wurde dann versucht, eine neue Regierung zu bilden. Zum Beispiel, wie Harald Graf Kessler sich das vorgestellt hat mit den Deutschlandnationalen. Es kam aber nichts Handlungsfähiges raus. Und der kleinste gemeinsame Nenner war, den alten Wein wieder neu zu kacheln. Und die sind jetzt wieder in Amt und Würden. Und die Neuwahlen sind hier vorprogrammiert. Also nach der Wahl ist vor der Wahl. Alter Wahl in gleichen neuen Schläuchen. Das Gute ist, wir müssen uns aber nicht an neue Namen gewöhnen. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut. Also nichts Neuem hat der Mai gebracht. Und verstehe. Das kannst du ja auch keinem auf der Straße erzählen. So, ey, schön, dass du ja die ganze Zeit jetzt Neuwahlen gemacht hast. Hat jetzt nichts gebracht. Es erinnert mich so ein bisschen an letztes Jahr, glaube ich. Also nicht aus von 100-jähriger Sicht, sondern jetzt mal 2023. Neuwahlen in Berlin. Berliner Senat nochmal neu wählen. Hat tatsächlich ja eine neue Regierung gebracht. Aber ganz so unterschiedlich war es, glaube ich, auch nicht. Ja, das ist mein Schmalergrad in der Demokratie. Zum einen muss eine Wahl was bewirken, dass sich halt auch was ändert. Gleichzeitig darfst du nicht in die Extreme abrutschen. Dass du halt im demokratischen Spektrum auf dem Boden der Verfassung unterschiedliche Geschmacksrichtungen hat, wo jeder sich wiederfindet. Und dass man das Gefühl hat, dass die Wahl auch was bringt. Ja, da bin ich mal gespannt. Da seid ihr jetzt, liebe Zeitreisende, ihr seid ein bisschen im Vorteil. Kommenden Sonntag, wir nehmen jetzt am 4. Juni auf, sind die Wahlen, Europawahlen. Da bin ich auch mal interessiert. Also sehr gespannt, wie das ausgehen wird. Ich auch sehr. Das ist auch ein sehr wichtiges Thema. Und die EU ist ganz toll. Jedenfalls, die neue Regierung, die hat ein Hauptziel. Lass uns wieder den Schwenk zurück zu von 100 Jahren machen. Den DORS-Plan, den hatten wir jetzt in den letzten Folgen, umzusetzen, zu implementieren. Der Plan, da gab es ein unabhängiges Wirtschaftskomitee von Wirtschaftsexperten. Die hat die Reparationsfrage basierend auf die Leistungsfähigkeit der deutschen Wirtschaft definiert. Das ist ein Novum. Und auch gesagt haben, nur eine leistungsfähige Wirtschaft ist in der Lage, Reparationszahlen. Also brauchst du eine Pause. Also brauchst du eine Anleihe. Und also ist es eigentlich richtig, dass Deutschland auch die konzentrierte Kontrolle über alle ihre Wirtschaftsgebiete hat, namens nicht auch das Rheinland. Und dieser Plan soll implementiert werden. Das ist das Hauptziel. Hierzu möchte ich wieder Stresemann zitieren in seinem eigenen Vermächtnis, erschienen 1931, über das Programm, was dann, also die Programmerklärung um Reichstag, Zitat, dieser neuen Regierung. Die wirtschaftliche und finanzielle Einheit und die Verwaltungshoheit Deutschland müssten wiederhergestellt werden. Weil anders die in dem DORS-Gutachten verlangten Leistungen nicht aufgebracht werden können. Die innere Bereitschaft, die für die Steigerung der Produktivität und die Übernahme so schwerer Lasten notwendig ist, könne nicht geschaffen werden, solange das traurige Schicksal vieler, tausender, vertriebener und ihrer Freiheit beraubter Deutschland die Nation belaste und beunruhige. Zudem sei das Rheinlandsabkommen wiederherzustellen. Die Regierung werde sich bei diesem Verhandlung leiten lassen von der Wahrheit der deutschen Lebensinteressen. Sie sei überzeugt, dass sie mit dem Weg, den sie gegangen sei, den einzigen Weg gehe, der zur Konsolidierung der deutschen und der europäischen Verhältnisse führe. Und sie könne nur hoffen, dass die Behandlung dieser Fragen geführt werden, mögen von Sachlichkeiten, Verantwortlichkeitsgefühl und nicht von Fanatismus der Parteien. Auch dieses 100 Jahre alte Deutsch. Ich stelle mir gerade die Frage, hier lief gerade jemand vorbei, da ist weit und breit keiner, da sitzen zwei Dödeln auf der Bank und lesen aus der Stresemanns Vermächtnis vor. Genau, ich habe hier so ein riesiges, schweres Buch, wie gesagt, original, jetzt 90 Jahre alt, mit so goldenen Buchstaben drauf, Stresemann, neben dem großen deutschen, neben dem großen roten Buch von goldenen Buchstaben, Herr Graf Kessler drauf. Und beide haben wir jeweils unser Chronikbuch jetzt zu liegen auf dem Schoß, den muss ich auch gedacht haben, der kleinste Buchclub der Welt. Ja, genau. Sie hatten Pläne, den größten Club der Welt zu finden, mit Millionen von Mitgliedern und sind zu zweit hängen geblieben. So sehen wir gerade aus. Die einzigen, es gibt nur noch ein Buch. Die besten Kunden vom Chronik Verlag haben schon im Fantreffen. Das hier ist der Fantreffen des Chronik Verlags. Ja, jedenfalls Regierung, alt wie neu ist das Gleiche, nur, dass sie viel weniger Abgeordnete im Reichstag stellt. Von daher ist es wirklich nicht zu sagen, dass ich die Lage verbessert hätte, wenn man das so feststellen möchte. Ja, es kommt ja im November auch zu Neuwahlen. Ja, und da muss man auch oberen und oberen. Das ist ganz wichtig, dass wir alles dafür tun, für die Zukunft, dass wir da nicht hinkommen, sondern dass es irgendwie eine Möglichkeit gibt, auch sinnvolle Regierung zu wählen und wir nicht immer die gleiche Großkoalition haben, die sie verbinden muss, um eine AfD und von der Macht abzuhalten. Genau, also ich glaube, man sollte auch gucken, wenn man sich dazu verleitet, extreme Parteien zu wählen, es muss auch Leute geben, die mit der Entscheidung, welche Partei man gewählt hat, auch leben müssen. Daran sollte man auch denken. Ja, aber gut, das ist ja für diese Art der Menschen ja genau das Argument, die zu wählen. Ja, aber wo extremistische Parteien, die Kommunistische Partei in Russland, ja, die haben gerade ihren achten Parteitag und der steht unter dem Stern, dass Lenin ja tot ist und Stalin jetzt seine Macht manifestiert in den innerparteilichen Kampf gegen Trotzki und was ich hier bemerkenswert fand, Lenin hat einen Brief an den Parteitag geschrieben, in dem er warnt vor der Machtfülle Josef Stalins und dass er abgelöst werden sollte, weil er vom Charakter her für diese Aufgabe nicht geeignet wäre. Zitat. Stalin ist grob und dieser Mangel kann in der Funktion des Generalsekretärs nicht geduldet werden. Zitat Ende. In Großart. Ja, der wird sogar vorgelesen da, aber niemand scherzt sich drum. Ja. Also der Brief wird vorgelesen, das finde ich ja krass. Ja. Wollen wir mal vorstellen, da trifft sich irgendwie diese Nöde aller Kardinäle, um den Papst zu bestimmen und sagt, und dann wird vom alten Papst oder vom alten Papbrief, von übrigens der Kräger, der eignet sich charakterlich nicht als Papst, wird vorgelesen und dann wird Papst der Kräger. Ja. So muss man sich das vorstellen. War für mich so ein Parteitag auf eine zertiefst religiöse Veranstaltung, ehrlich gesagt. Bei der KPD auf jeden Fall, das ist ja schon religiös. Ja, das ist das. Also Stalin übernimmt da die Führung und dann gibt es einen relativ freien Binnenmarkt mit folgenden Richtlinien. Es gibt eine vorsichtige Vergabe von Handelskoalitionen. Der Außenhandelsmonopol von staatlicher Seite soll ausgebaut werden. Es soll mehr Getreide exportiert werden. Die Handelsbilanz soll festigt werden. Das heißt, dass Import und Export an einer Balance sind und staatlicher Handel soll das gewinnsüchtige Privatkapital zurückträgen. Ich denke, mit dieser Aussage hat man am achten Parteitag der KPDSU, der kommunistischen Partei der Sowjetunion, keine Gegner. Ja, es kommt auch auf diesem Parteitag wieder zur Sprache, dass es diesen Kampf gibt in der Parteilicht zwischen Trotzki und Stalin. Das wird jetzt auch noch die nächsten Wochen, Monate so weitergehen. Ja, das war jetzt mein Blog, den ich vorne wegbringen wollte, Steffen. Welches Thema hast du denn mitgebracht? Wir kommen mal ein bisschen zu Tod. Ja. Ein freudiges Ereignis. Ist immer gut. Ich meine, jeden trifft es den einen früheren, den anderen später. Später ist immer besser als früher. Ja, und wir nehmen ja auf, am 4. Juni, sagte ich bereits, und gestern, aus unserer heutigen Sicht, zum Aufnahmetag, vor 100 Jahren starb ein sehr bedeutender Mensch. Die schwarze Eule starb. Die schwarze Eule, ja, weiß ich nicht, ob die eine schwarze Eule war. Franz Kafka ist gestorben. Interessanterweise vor 100 Jahren kaum bekannt. Ja. Wurde erst bekannt durch die Veröffentlichung seiner Schriften nach seinem Tod. Eigentlich sollte ja sein Freund diese ganzen Schriften verbrennen und vernichten. Das hat er aber nicht gemacht. Das passt so sehr zu Kafka. Das finde ich großartig. Ja. Und ja, der ist gestorben, ist gar nicht so alt geworden. Er ist 41 Jahre alt geworden. Heißt, am 3. Juli 1883 geboren. Also fast wäre er 42 geworden. Echt nicht alt. Und der hatte auch eine schwierige Existenz mit seinen unerfüllten Liebschaften, seinen Job in der Versicherung und seine Beziehung zu seinen Eltern. Ja. Es hat mich auch verwundert. Ich habe es ja auch prophezeit und es ist auch so eingetreten. Als 100-Jähriger hat man ja auch gewisse hellsehärische Fähigkeiten, dass es sehr viele Kafka-Dokumentationen in diesem Jahr geben wird. Ja, hätte ich das gedacht. Ja. Und so war es auch. Ich habe mir ein paar eingezogen. Sehr schlechte, muss ich sagen. Das war so eine sechsteilige Dokumentation in der ARD. Grauenvoll, fand ich. Wirklich grauenvoll. Aber war ich nicht. Das war so Kunst. Eigentlich liegt doch sowas der ARD. So Schriftsteller, Bio. Das war zu sehr Kunst. Das hätte auch von Arte sein können. Ach, die haben das dann, also ich war mal am Kafka-Museum in Prag und das ganze Museum war so Kunst. Also die haben dann, ich weiß nicht, ob das Wasser oder Wasser auch schon mal. Nee, da war ich nicht. Das ist eigentlich ganz interessant. Nur die haben ganz viel so künstlerische Installationen, wo die dann das Werk von Kafka künstlerisch interpretieren. Was jetzt für mich nicht der Punkt war, wo ich da hingegangen bin. Ich wollte ja was über Kafka erfahren. Was ist er gestorben? Wie war sein Job? Was war seine Motivation? Was zeichnen seine Bücher aus? An all sowas. Also Fakten, 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 Fakten. Und diese künstlerische Installation, dass dann so eine schwarze Figur im Dunkeln vor sich hin spiegelt. Ja, man verleiht ihm dann sowas Mystisches und vor allem in Prag, fragt er die Geschichte mit diesem, mit der Alchemie, da kommt natürlich so ein Kafka sehr gelegen. Es gibt jetzt in Prag, ich war ja im März erst da, gibt es so ein riesiges Kaufhaus und vor dem Kaufhaus ist eine ganz große Skulptur. Das ist der Kopf von Kafka und das sind so viele Metallscheiben übereinander. Die Metallscheiben bewegen sich einzeln, sodass mal die Nase auf einmal ganz hinten ist oder irgendwie so. Also jede Scheibe bewegt sich um den Kopf herum und irgendwann hast du aber wieder das Gesicht in voller Gänze mal vor dir. Das ist ein Publikumsmarkt. Also die Leute stehen da, machen da ganz viele Fotos und sind total fasziniert. Ja. Ich meine, jeden seines Seins, sag ich mal. Naja, wollen wir noch kurz was zu Kafka erzählen, zu seinem Tod? Er ist ja, ich denke, das sollte bekannt sein, erzählen es trotzdem nochmal, der ist ja an einer Krankheit gestorben, an Tuberkulose gestorben und hat, das wusste ich noch nicht, kurz vor seinem Ableben lebte er tatsächlich auch in Berlin. Das wusste ich auch nicht, das hatte ich auch gelesen, das fand ich echt interessant. 1923 ist er noch für die letzten Monate seines Lebens nach Berlin, bis er dann allerdings so krank war, dass er dann wieder nach Prag verfrachtet wurde durch seinen Freund hier Max Broth. Ja, er ist ja auch ziemlich rumgekommen. Ich wusste gar nicht, dass er so viele Liebschaften hatte. und, äh, also jetzt mal so persönlich, als ich so Fotos von ihm gesehen habe, hätte ich das jetzt nicht gedacht. Und, äh, auf, naja, jedem seins. Aber er schreibt schöne Briefe, sage ich mal so. Sind die Briefe, die, 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 die sind da, seine Briefe an Félix Bauer, die sind schon, die sind schon was? Da kann man schon sagen, der, der wusste, wie man schreibt. Ja, also der hätte mal, sagt man sich, der kann auch mal ein Buch schreiben. Der kann auch mal ein Buch schreiben. Ja, also das, so viel zum Tod. Und dann haben wir noch einen anderen Toten, der aber schon zwei Jahre tot ist. Ja? Ja. Also 102 Jahre, nehme ich an. Ja, genau. Also aus vorhundertjähriger Sicht ist er zwei Jahre tot. Ja. Und da haben wir auch... Aber ich rate noch. Rathenau, genau. Da standen wir erst neulich am Grab. Ja, mit deinem Sohn haben ihn, jetzt hat er, er konnte was von seiner Bucketlist streichen, dein zweijähriger Sohn. Ja, genau. Meinen zweijährigen Sohn zum Rathenau-Grab gefahren und haben ihm erklärt, das hast du jetzt schon mal gemacht für dein Leben. Schon mal, also das kannst du, genau, da musst du, also das ist schon mal ledig, das Thema. Ja. Und was ich, warum ich die Meldung auch erwähnenswert finde, dass noch nach zwei Jahren noch eine Gedenkfeier stattfindet. Also das ist schon ein Impact gewesen vor Ort, vor hundert Jahren. Das ist Wahnsinn. Ich bin auch gestern wieder erst, habe ich mein Fahrrad reparieren wollen. Und bin mit meinem DDR-Klapprad zum Fahrradladen gejoggt, weil die haben einen guten Fahrradladen, das sind so drei Kilometer Entfernung. Und da bin ich wieder im Rathenau-Haus vorbeigelaufen. Ja. Am Wasser. Da habe ich wieder an die alte Eute gedacht, ja. Noch eine andere alte Eute. Der hat echt viel bewirkt, der Rathenau. Ich fand es ja krass, dass es schon zwei Jahre hier ist. Mir war so, als ob es erst letztes Jahr gewesen wäre. Ja, das ist, Zeit vergeht, Zeit vergeht. Ich mache in diesem Podcast auch schon fast zehn Jahre. Ja. Das ist auch bemerkenswert. Ja, liebe Zeitreisende. Also, nächste Folge, Zehnjähriges. Ja, da gibt es ein Zehnjähriges. Aber gut, das war eine Kurzmeldung. Jetzt komme ich zu einem größeren Block. Ja. Und Luis, ich habe was vorbereitet. Ich habe mich angestrengt. Oh, Steffen legt jetzt richtig los, weil er klappt hier sein Remarkable 2 auf. Ja. Steffen, was hast du denn vorbereitet, dass er dein Remarkable 2 aufklappt hat? Also, ich werde das auch auf die Seite raufpacken. Und du musst mir jetzt mal sagen, ob ich das gut gemacht habe oder nicht. Ich habe keine Ahnung von chinesischen Schriftzeichen. Ja, jetzt bin ich ja gespannt. Aber ich habe was abgemalt. Das guckst du mir. Jetzt hätte ich Ahnung. Jetzt gucken wir mal. Und ich bin gespannt, ob du davon was lesen kannst. Es gibt ja irgendwie diese simple und diese erweiterte Schrift. Ich wusste nicht, was du davon lesen kannst. Ob du überhaupt was davon lesen kannst? Ja, das weiß halt auch keiner. Ich gebe dir das einfach mal und frage mich, ob du was lesen kannst davon. Ich habe keine Ahnung. Ich kann das überhaupt nicht einschätzen. Ist das mittlere Mai? Du meinst den Monat Mai? Nee, Mai im Sinne von, das sind drei Zeichen. Also haben wir da drei Silben. Hilf mir mal ganz kurz. Ist das ein Eigenname oder ein? Ein Eigenname nicht, nein. Das sind so mehrere Wörter, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, aber es sind drei Schriftzeichen halt. Das letzte würde man wahrscheinlich Shang aussprechen in irgendeinem Ton. Moment. Ich habe mir auch die Ton-Dings aufgeschrieben. Letzte Zeichen, da ist das Shang? Also Shang kommt am Anfang vor von dem, was ich mir aufgeschrieben habe. Sag mir doch mal das Schriftzeichen. Ich finde, du hast das eigentlich ganz gut gemalt. Also es soll wohl beides dasselbe sein, nur halt unterschiedliche. Ja, das ist die einfache Schriftzeichen. Ja, genau. Die kenne ich leider nicht. Gut. Ich hätte jetzt vermutet, dass, also einfach nur weil das, die sind ja auch so Radikalen zusammengebaut, dass das so Xing, Mai, Shang, dass das in die Richtung geht. Also ich habe mir aufgeschrieben, was, wie man es wohl angeblich ausspricht. Also was soll wohl das sein? Sag dir das, Ralf. Ah, Shang, Mu, Fang. Nee, Shang, Mu, Fang. Nein. Auch nicht. Gut. Dann sage ich dir, was es auf Englisch heißt. Holy Mother Peak. Ah. Ah, Fang, stimmt. Fang heißt hier Bergspitze. Okay. Okay, Mu weiß ich nicht genau, aber dann Shang ist Mama. Ja, das, oder das, ja, okay. Ja. Und mit dem Wissen, Luis, hast du eine Ahnung, worüber ich jetzt mit dir sprechen möchte? Nein. Gut. Dann freut sich diebisch. Ja, ich mag das ja immer, wenn du nicht weißt, worüber ich reden will. Das wurmt dich auch immer. Ach, ich freue mich, ist schön. Hast du mal schon was von dem Olympus Mon gehört? Olympus? Mon, also geschrieben Mon, das ist so was französisch Aussprechendes wieder. Ach so. Nein. Also Olympischer Berg. Nee, habe ich nicht. Es gibt sehr viele heilige Berge in irgendwelchen Kulturen. Das ist der höchste Berg. Nein, der höchste, von was, von der Welt, von Europa? Vom Sonnensystem. Auf einem Planeten. Ach so, das ist der auf dem Mars. Der ist richtig hoch. Und der ist, glaube ich, so 14 Kilometer oder irgendwas Abartiges. 22 Kilometer. Verdammt hoch. Aber 22 Kilometer ist, der Mars ist auch kleiner als die Erde. Und dann so ein 22 Kilometer Berg, das ist schon eine Ansage. Und der hat auch eine viel dünnere Atmosphäre. Also da oben ist, glaube ich, mit Atmen schlecht. Selbst im Marsverhältnis. Hat auch einen Durchmesser von circa 600 Kilometern. Ja. Und nochmal, Mars ist kleiner als die Erde. Der ist nicht unwesentlich. Ich habe bei Wikipedia so eine Seite, die englische Version gesehen. Da ist, glaube ich, Polen abgebildet. Und wie viel der Berg von Polen abdeckt. Müsste ein Ticken größer sein als Polen, ne? Nee, fast gleich. Fast gleich. Also der ist schon richtig groß. Und warum will ich jetzt über den Berg reden? Einfach nur, ich fand es ein lustiges Wissen. Denn wir reden nicht über den höchsten Berg eines Planeten im Sonnensystem, sondern über den der Erde. Und das ist der... Der Long Everest. Genau. Weißt du ungefähr, wie hoch der ist? 8800 schießt mich tot. 8.848,86. Sehr viele Achten. Ja. Sehr gut. Das habe ich auch wie so gemerkt. Was ist mit vielen Achten? Sehr gut. Und warum will ich darüber mit dir reden? Weil jetzt am 8.6. vor 100 Jahren... Also wieder auch mit einer Acht? Ja. Eine Expedition Tragestände ging. Waren die auf 848,6 Meter Höhe? Weiß man nicht. Oh, das ist ja... Das ist spicy. Das heißt, sie sind ja nicht wieder angekommen. Vermutlich mal. Weil die hätten es ja bestimmt erzählt. Ja, genau. Und da wollte ich gerne mit dir überreden, wie für diese Expedition und wie es dazu kam. Gut, dann... Wer ist denn da hochgeklettert? Waren es Polen oder Engländer? Wahrscheinlich Engländer, oder? Briten. Schon wieder die Briten. Ja, klar. Denn... Auch richtige Briten, Briten oder eher so short-dische Briten? Briten. Ich habe Steffen... Briten. Steffen weiß die Antwort auf diese Frage nicht. Das nenne ich Vorbereitung. Das sind Briten für mich. Also, sagen wir mal Großbritter. Großbritannia. Sagen wir mal so, sie trinken Tee. Ja, gut. Okay, das gibt wieder Melds. Alles fing damit an als 1885 und ich hebe den Finger hier mitten im Park. Niemand ist da und sieht das? Übrigens wieder ganz schön viele Achten. Ja. Zwei Achten. Ich sehe eine Verschwörung, aber gut. Aluhut aufsetzen. Achtung. Ja. Da hat der Präsident des Alpen Club, also des alpinischen Clubs, vermutet, dass man den Everest besteigen könnte. Und dann wollte man den auch besteigen, wenn das der Präsident des Alpen Clubs behauptet. Der ist ja schließlich vom Fach. Genau. Oh mein Gott. In den 20er Jahren jetzt, so in den 1920er Jahren. Ja, vor 100 Jahren quasi. Hat Großbritannien Expeditionen losgeschickt. Und man sollte sich mal anschauen, wenn man da jetzt hoch will, wie läuft man denn da hoch? Von welcher Seite? Also ich mich frage, woher die wussten, dass der der höchste Berg ist, wenn die noch nicht um waren, frage ich mich eigentlich gerade. Durch Gucken. Also ich glaube, es gab jetzt nicht so viele unentdeckte Gebiete der Erde zu dem damaligen Zeitpunkt. Ach so, das meinte, dass man dann wenigstens gucken konnte und dann das gesehen hat. Okay. Also man hat schon Trigonometrie angewendet, um ungefähr zu schätzen, wie hoch der ist. Ja, okay. Die genaue Höhe hat sich auch erst so, also erst in den letzten Jahrzehnten so richtig herauskristallisiert. Damals hat man geschätzt, wie hoch der ungefähr ist. Also hätte ich jetzt einen Zwiebelschmalzschulle, da würde ich sie dir geben, gut vorbereitet. Danke. Danke. Ich würde sie ablehnen. Zu meiner Freude. Vor allem, du kommst von der Arbeit, wer weiß, wie lange du diese Zwiebelschmalzstulle schon in deiner Brotbüchse gehabt hättest. Ja. Zurück zum Thema. Und damals hat man 1921 schon mal Leute losgeschickt. Ja. Und hat gesagt, geht mal mal hin, schaut euch mal an, wie man da jetzt hochgehen würde, wenn man das tun wollen würde. Mhm. Und damals hat man die losgeschickt, zwei Briten, Luis, George Mallory und Guy Bullock. Und da habe ich, als ich am Sonntag das vorbereitet habe, leicht gegrinst und meine Frau saß gerade am anderen Schreibtisch und hat diese Lehrerin hart arbeiten korrigiert. Und dann musste ich sie aus ihrer tiefen Konzentration antitzen und sagen, der hieß Guy Bullock. Wie schreibt man Bullock? B-U-L-L-O-C-K. Aber sie fand es nicht ganz so witzig wie ich. Nun ja. Aber ich finde Guy Bullock schon sehr lustig. Aber ich finde es halt witzig, wie dann, stell dir mal vor. Mein Name ist Bullock. Guy Bullock. Die Eltern, ja. Also der wird geboren. Oh, ist das dein Junge? Wie wollen sie ihn nennen? Guy. Der neuste Sprössling der Familie Bullock. Er heißt Guy. How would you like to name this boy? Guy. I just name it Guy. Who cares? He is a proper Bullock. You know his bottom part has a proper size. Ja, gut. Der Name Guy Bullock taucht die Frequenz um den nächsten Sätzen nie wieder auf. Ich fand es, du erwähnst. Ja, es ist auch wichtig, dass man sich da auch über solche Dinge freuen kann. Ja. Das ist gut. Das hält jung und das hält einen gesund. Das ist auch der Grund, warum wir diesen Podcast machen und nicht meine Frau und ich. Ja, 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 ja. Nun weiter. Jedenfalls haben sie eine Route gefunden, die man eventuell zum Gipfel kommen könnte über diese sogenannte Nordroute. Und dann fand ich das krass. Da stand, dass sie sogar bis zu sieben Kilometer Höhe kamen, obwohl sie auf sowas gar nicht vorbereitet waren. Und dann haben sie sich gesagt, naja, also um jetzt noch da diese letzten Kilometer zu machen, müsste man besser ausgerüstet sein. Wir gehen mal wieder. Ja gut, das ist aber, also ich war einmal Himalaya, also auf 4000 Meter Höhe hast du ganze Städte mit 100.000 Einwohnern und 5000 gibt es noch Bäume und Bergseen. Also das sind ganz andere Verhältnisse. Das, also auf über 5 war ich da mal vor einer Weile ohne irgendwelche Ausrüstung. Also das ist einfach eine ganz andere Dimension, wo man sich legt, boah, also hier ist jetzt ein See und eine Tanne und es ist höher als der Mont Blanc. Ja, und dünne Luft. Ja, ich fand es trotzdem Wahnsinn, dass die bis sieben Kilometer ungefähr kamen. Und dann haben die wieder abgebrochen. Und dann gab es aber das Folgejahr, 1922 sind wir mittlerweile. Und da kommt George Finch und der macht ein Novum, der klettert nicht, der probiert nicht nur einfach hoch zu klettern, sondern der nimmt sich, also künstlichen Sauerstoff, Oxygen nimmt er sich mit und kommt bis zu einer Höhe, was verschätzt du? 8,3. Sehr gut, fix. Du kannst deine Schmalzstulle behalten. Hier steht 8.320 Meter, hat er geschafft. Boah, das war, ah, Punktlandung. Hast du dir verdient. Nee, ich möchte nicht meine beiden, ich müsste jetzt von dir auch eine Schmalzstulle bekommen. Du hast schon ein alkoholfreies Bier bekommen. Ah, das ist auch tatsächlich besser als zu einer Schmalzstulle. Ja. Und Mallory hat es auch nochmal probiert mit Felix Norton. Also sein zweiter Versuch ist aber gescheitert. Und dieses, dass die künstlichen Sauerstoff nehmen, das war ein Novum. Ja, ist doch krass, dass sie das schon damals gemacht haben. Das hätte ich nicht gedacht, dass sie schon zu der Zeit das irgendwie auch gemacht haben, technisch gehendet bekommen haben, da so eine Sauerstoffpulle da hinzukriegen auch. Es war auch teilweise umstritten, ob man das machen soll oder ob das überhaupt ehrenvoll sei, als Bergsteiger künstlichen Sauerstoff mitzunehmen. Weil ein richtiger Bergsteiger aus der damaligen Sicht kommt ohne Hilfsmittel hoch. Das wäre ja auch so wieder spannend, was der Vorstand vom britischen Alpenverein dazu zu sagen hat. Mette, seine Ansicht wäre konservativ. Also ich finde es halt Quatsch, dass sie so sagen, ja, aber mit Hilfsmitteln hat er das geschafft. Wo ich sage, naja, aber ihr nehmt ja auch Eispickel und warme Kleidung, das sind ja auch Hilfsmittel. Ihr lauft ja nicht nackt am Berg hoch. Ja, aber das sind ja Argumente, mit denen man bei einer Fraktion, die sich nennt, früher war mehr an der Meta, nicht weiterkommt. Ja, da gebe ich dir recht. Jedenfalls war das 1922 und alles, was man darüber sagen kann. Und wir springen sofort in das Jahr 1924. Also es geht zack auf zack hier, ähnlich einem Berg, steil hoch. Und dann kommen wir wieder zu Mallory und George Proust. Also er war ja schon auch auf drei. Er hat festgestellt, dass wir den Sauerstoff, kann man machen, funktioniert. Ja, der mit 8-3, das war George Finch. Achso, der ist jetzt nicht der, der jetzt vor 100 Jahren da hochrennt. Nee, nee, nee. Ein anderer, okay. Mallory, den Namen muss man sich merken. Der startet mit jemandem namens George Bruce. Mit oder ohne Sauerstoff? Das weiß ich jetzt nicht, ob der den da mit hatte. Also man muss so sagen, 1924 sind mehrere Teilnehmer gestartet. Das ist ja nicht so, dass wirklich immer nur eine oder zwei Personen hochgehen. Sondern es sind ja Expeditionen, die sind teuer. Man muss Oxygen kaufen. Das ist eine Gruppe von Leuten, die das probieren. Und wahrscheinlich dann so zwei Briten und eine Armee von Sherpas. Ja. Spekuliere ich mal. Und zum Beispiel 1924, die starten Ende März. Das sind zehn Personen, zehn Teilnehmer. Und die Leitung hat dieser CG Bruce. Und die probieren jetzt also den Everest zu besteigen. Mallory und Bruce starten, müssen aber schon wegen schlechten Wetters abbrechen. Lauter Wolken, Schneesturm und so weiter. Da hatte ich dann auch gelesen, also der Everest, der ist ja so hoch, dass der vom Jetstream bestriffen wird. Und der ist halt so krass, dass der Everest, wenn es hart auf hart kommt, dann sind da mehrere hundert Kilometer die Stunde Wind durch diesen Jetstream. Also ich habe im Kopf, ich habe es mir dann nicht notiert, ich habe es im Kopf, dass es circa dreihundert Kilometer die Stunde sein könnte. Das ist aber ganz schön viel Wind. Ja, genau. Also so hoch ist der. Jedenfalls probieren sie ein weiteres Mal hochzukommen im April. Es ist aber immer noch schlechtes Wetter. Auch den ganzen Mai. Sodass sie dann jetzt also dann im Juni erst nochmal probieren. Und zwar probieren es Norton und Somerville. Okay. Edward Norton heißt die übrigens. Und die kommen bis zu einer Höhe von 8540 Metern. Also das ist jetzt das Höchste. Und bemerkenswert ist, dass sie bei den letzten Metern sehr, sehr viel Zeit brauchen, um überhaupt mal einen Schritt zu machen. Hier steht, pro Schritt brauchten sie circa sieben bis zehn Atemzüge. Mhm. Also was das für Kräfte sind, die da auf dich wirken, ja. Norton geht dann nochmal alleine weiter ohne Somerville und kommt dann nochmal bis zu, also kommt nochmal 30 Meter weiter ohne Maske. Muss dann aber abbrechen. Dann kommt wieder Malorie zur Sprache. Der ist dann noch in einem anderen Camp weiter unten. Und der sagt sich, ja, wir haben jetzt tatsächlich mal gutes Wetter, wir probieren es jetzt nochmal. Und schnappt sich einen, den ich jetzt noch nicht erwähnt hatte. Irvine heißt der. Und bricht dann nochmal auf. Und da ist jetzt die Frage, wer ist denn dieser Irvine eigentlich? Und warum nimmt der sich jetzt ausgerechnet den? Den habe ich ja noch nie erwähnt. Mhm. Also würdest du mir jetzt wahrscheinlich die Schmalzstulle um die Ohren werfen. Warum komme ich jetzt mit diesem Namen? Ja, eben. Dieser Irvine ist sozusagen der kleine Tech-Geek aus der Gruppe, der sich vor allem mit den Sauerstoffflaschen auseinandergesetzt hat. Mhm. Der hat sozusagen der Admin der Sauerstoffversorgung. Ja. Der Sauerstoffadmin. Der ist dann mechanisch, kennt er sich sehr gut aus damit. Hat auch diese Sauerstoffflaschen sind vor 100 Jahren so der heiße Scheiß geworden. Und da gab es auch einen technischen Vorsprung in den letzten Jahren. Die konnten zum Beispiel, die waren immer noch sauschmeer, konnten aber im Vergleich von den zwei Jahren davor deutlich mehr Volumen aufnehmen. Ich habe die Zahl jetzt nicht notiert, ist jetzt auch egal. Sie hatten deutlich mehr Volumen. Und dieser Irvine war halt so gut, dass der schon Verbesserungsvorschläge an den Hersteller geschickt hat. Wie man das nochmal verbessern kann. Weil die auch trotzdem schnell einen Leck bekommen haben und so weiter. Und der hat einfach provisorisch im Lager Verbesserungen gemacht. So war der halt drauf. Das war so ein kleiner MacGyver. Der Sauerstoffadmin. Ja. Aber es macht ja Sinn, mit denen da hochzugehen. Da hast du ja immer sozusagen First Level Support dabei, der dann deine Flaschen repariert. Genau. Und der Mallory, der wollte sich auch tatsächlich mit diesen Sauerstoffflaschen nochmal, der wollte nochmal, jetzt wollte er es wirklich wissen. Jetzt oder nie. Und hat es dann probiert. Hat auch Bescheid gegeben, dass er das jetzt mit den Irvine macht. Um wie viel Uhr man sie ungefähr sehen kann. Sie wurden wohl auch gesichtet beim Hochgehen frühmorgens an dem Tag. Und seitdem nie wieder. Lebend. Nie wieder. Der Tod nicht? Wurden Leichen gefunden oder so? Ja, komme ich gleich zu. Also die Leute haben dann nochmal nach denen gesucht. Mussten dann abbrechen. Mussten ja selber dann auch wieder vom Berg runter. Und haben sie dann auf den Tod erklärt. Und es gab dann später nochmal Versuche, den Everest zu besteigen. Und dabei wurde auch eine Leiche gesehen aus der Entfernung. Man konnte aber nicht so wirklich ran. Hat dann vermutet, dass es wahrscheinlich Irvine sein könnte oder Mallory. Und das hat sich später dann auch bestätigt, dass es die Leiche ist. Und was jetzt halt krass ist, ist, dass der erst 1999 wirklich gefunden wurde. Und das fand ich sehr spannend, weil dieses Buch, das Chronikbuch, was wir hier haben, das ist eine Ausgabe von 1988. Deswegen war das noch gar nicht drin. Da stand es nicht drin, dass er gefunden wurde. Ja. Wurde aber dann 1999. Und das zweite Mal schon. Das heißt, du hast dann nochmal mehrere Quellen für ein Thema gefragt. Ja, also im Chronikbuch steht, sie werden in 8580 Meter Höhe zum letzten Mal gesehen und sind seither verschollen. Genau. Und warum man jetzt nicht weiß, ob er es vielleicht doch geschafft hat, war, es hieß immer, Mallory hat ein Foto von seiner Frau dabei und oben auf dem Gipfel will er das ablegen. Als man die Leiche fand, hat man das Foto nicht gefunden. Daher weiß man nicht, ob sie es vielleicht geschafft haben und beim Runtersteigen halt runtergefallen sind. Irrwein hatte wohl ein gebrochenes Bein und muss aber auch noch beim Sturz, muss den Sturz noch überlebt haben, weil er sich wohl in einer schonenden Haltung befand, als man ihn fand. Ja, also das sind so die letzten Informationen dazu. Was da genau passiert ist, weiß man leider nicht. Das muss ja extrem sein, weil es sind ja absolute Profis, die einfach mal die ersten 8000 Meter klettern und dass dann diese letzten 300 Meter, 400 Meter, 500 Meter, dass das für diese Profis so ein massives Problem ist. Das zeigt halt, wie krass das sein muss. Ja, ja, also schöne Geschichte. Genau, und also das zum Everest. Am 08.06.1924 ist diese Expedition gescheitert mit, man weiß es nicht, vielleicht den ersten Menschen, die tatsächlich auch auf dem Everest waren. One-Way. One-Way-Ticket, ja. Offiziell nachweisbar bestiegen ist er in den 50er Jahren. Hillary war das, oder? Ich glaube, ja, das waren Sir Hillary oder sowas. Aber das hat auch nochmal 30 Jahre gedauert, das ist auch faszinierend. Das war doch in der Seenländer, glaube ich. Das weiß ich nicht. Was ich nur bemerkenswert fand, ist, dass mittlerweile mehrere Tausend wohl den Everest schon bestiegen haben, weil die Technik einfach so gut geworden ist. Ja. Man hat ja auch mal berichtet, dass der total zugemüllt ist mittlerweile, weil die ja dann alle da alles lassen sind und durch die Kälte auch nichts vergeht. Ja, genau. Sterben aber immer noch regelmäßig da Personen. Also es ist jetzt nicht gerade leicht, trotzdem da hochzulaufen. Das glaube ich. Ja. Also damit verlassen wir den Everest, Luis. Das war ein schöner Reiseausflug. Ja, und apropos Reise. Ich hatte ja mal berichtet, dass es Deutschland wirklich ein massives Gegensatz hat, dass wir halt durch den Krieg, viele Kriegsgruppen, durch die Hunger, durch die Inflation haben wir eine Verelendung, massive Armut. Und gleichzeitig gibt es viele Gewinnler, die es sich leisten können, in der Schweiz oder im Ausland Urlaub zu machen. Und hier gibt es jetzt eine neue Regelung, dass man, wenn man in das Ausland reisen will, pauschal 500 Goldmark zu zahlen hat. Und es geht darum halt, diese schwelgerischen Ausschreitungen Einheit zu gebieten. Fand ich interessant, die Lösung. Ja, also ich glaube, du wirst ja auch das Geld, dass die das Geld nicht alle im Ausland ausgeben. Das kommen wir halt auch noch dazu. Du wirst es ja auch, dass sie einen Teil davon auch dann im Land lassen. War das gerade eine Währungsreform, letztes Jahr eine Rieseninflation und jetzt gehen die Leute und geben das Geld woanders aus? Richtig. Also im Frühjahr waren in Italien 70.000 Deutsche zu Gast und das war interessanterweise mehr als zu Vorkriegszeiten. Also nach dem verlorenen Krieg besetztes Rheinland und dem ganzen Elend gibt es mehr Leute, die die Mittel haben, nach Italien Urlaub zu machen. Das ist irgendwie interessant, dass das nur weil, also das ist für Einzelne gar nicht so, dass Einzelne Teile der Bevölkerung das alles gar nicht so wahrgenommen haben. Ja. Dass halt die Hälfte der Kinder in Berlin Unterernährung haben oder sowas. Ja, die große Kluft. Ja. Das hatten wir das erwähnt im Podcast. Ich habe heute irgendwie ein Gedächtnis wie ein Sieb, dass der, also im Ausland wurde das auch schon nicht so positiv wahrgenommen, dass die Deutschen hier gerade sich so gut gehen lassen. Gerade in der Schweiz, das hatten wir erwähnt vor zwei Monaten. Und das ist auch die Reaktion der Regierung darauf. Also macht hier eine Zeitreise vor 100 Jahren und müsst ihr gucken, da gibt es jetzt eine Sonderausgabe. Bitte 500 Goldmark mehr einpacken, wenn ihr ins Ausland wollt. Ja. Und vielleicht im Ausland nicht sagen, dass ihr Deutsche seid, sonst werdet ihr vielleicht. Naja, der Muffin, den man euch denn zukommen lässt im Café, der hat vielleicht noch eine extra Auflage. Ja, das kommt auch dazu. Ja. Was man sich auch ansehen kann vor 100 Jahren ist Olympia in Paris. Ach, das haben wir jetzt dieses Jahr wieder. Ja, 100 Jahre zuvor auch in Paris. Wir werden aber, das kann ich jetzt schon mal sagen, erst in der nächsten Folge über Olympia im Detail sprechen. Also einfach ein paar Ergebnisse mal droppen lassen. Was aber interessant war, vor allem auch noch eine Parallele zu heute. Es gab schon ein Fußballturnier zu Olympia, was aber vor Olympia ausgetragen wurde. Ah. Also quasi wie so eine Art EM. Ja. Nur, dass es tatsächlich zu Olympia gehörte. Nur haben diese irgendwie aus irgendwelchen Gründen das halt vor dem offiziellen Start. Wir haben halt ein paar Wettbewerbe vorher schon ausgetragen. Finde ich aber eigentlich keine schlechte Idee. Man muss das alles mal zusammen sein. Warum könnte man nicht ein olympisches Fußball studieren machen? Von mir ist auch statt der EM, klar, da kriegt die FIFA das große Brechen. Weil die wollen ja da selber Geld verdienen. Aber das wäre eigentlich eine witzige Idee. Ein olympisches Fußballturnier außerhalb der Olympiade. Warum nicht? Ich weiß gar nicht. Hattest du dir die Meldung angesehen? Nee. Dann kann ich dich jetzt fragen, was schätzt du, wer hat da Gold im Fußball bekommen? Vor 100 Jahren? Hertha BSC Berlin. Gold Olympia. Also da nimmt jetzt nicht Hertha einen Teil. Ach so. Das ist so ein Land, Luis. Ach so. Gold. Also Hertha-Fans fühlen sich jetzt geschmeichelt, aber es ist technisch nicht möglich. Äh, England. Nein. Ach schon, wir sind nur einmal Weltmeister geworden, ja. Äh, also du bleibst in Europa, ja? Ja. Mit deinem Tipp. Ja, da ist auch der falsche Kontinent. Ähm, wir sind in Uruguay. Uruguay? Ja. Das habe ich nicht gedacht. Fußballger in Uruguay, die haben ja heute nur ganz wenig Einwohner. Die sind ja, ich glaube, die haben nur vier, fünf Millionen Einwohner und haben oft immer ein super Team dafür, das fällt immer auch. Die müssen ja damals noch weniger gewesen sein, ja. Ja, vor allem, äh, der, der Austausch damals war ja noch nicht so heftig. Also Uruguay war sehr, die Fußballmannschaft war sehr unbekannt. Mhm. Und die haben auch ganz anders Fußball gespielt als der typische Europäer. Ein typischer Europäer hatte damals ja so eine Art Rastersystem. Mhm. Und jemand aus Uruguay hatte da aber, war sehr flink, sehr wendig und hat eine ganz andere Art Fußball zu spielen. Da haben mit dem, mit der Art auch damals die, die Zuschauer begeistert. 40.000 waren wir im Finale. Mhm. Und, äh, haben dann Gold geholt. Übrigens haben sie das Finale gespielt gegen die Schweiz. Ach. Ja. Nati. Schweden, Schweden hat Bronze geholt. Ja. Ähm, dann kommen wir noch zu einer anderen Fußballmeldung und dann ist der Sportblock auch vorbei. Mhm. Äh, wir haben wieder einen Fußballmeister in Deutschland. Hertha? Nein. Okay. Und Nürnberg gab's damals nicht? Nee. Ähm, der erste FC Nürnberg. Ach. Okay. Der Klug. Ja. Ähm, genau. Erste FC Nürnberg. Zum dritten Mal übrigens. Äh, vor 100 Jahren waren, haben sich quasi Nürnberg und der HSV so gegenseitig abgelöst, immer in der, in der Meisterschaft. Kannst du dich noch dran erinnern, wir hatten das vor zwei Jahren auch wieder erwähnt, dass es da einen, keinen Meister gab? Kein Druck im deutschen Fußball? Das, ja, das kriege ich nicht mehr zusammen gerade. Ja. Und zwar war das so, dass da Nürnberg und HSV ein Finale gespielt haben in Berlin. Das war damals noch ein anderes System, wie man den Meister erwähnt, äh, gewählt hat. Und die haben ein Finale bestritten. Das wurde dann aber nach einer gewissen Zeit abgebrochen, weil das Unentschieden gab. Mhm. Und anstatt dann da Elfmeterschießen zu machen, ja, hier kommt wieder ein, wieder ein Fuchschrauber. Ja. Anstatt Elfmeterschießen zu machen, hat man nochmal ein zweites Spiel dann in Leipzig gemacht. Da gab es aber auch Unentschieden. Und anstatt dann ein Elfmeterschießen zu machen, hat man das Spiel abgebrochen und gesagt, das Los entscheidet. Und das Los wurde dann auf den HSV. Vor zwei, also vor 102 Jahren hat sich das Los auf den HSV gewählt, so. Und der HSV hat gesagt, nee, das finden wir unsportlich, denn die Meisterschaft nehmen wir hier nicht an. Schön. Jetzt kann ich mich erinnern, wir haben das applaudiert. Ja. Das war eine ganz, ganz, ganz coole Aktion, ja. Genau. Und das ist aber dieses Jahr nicht notwendig geworden. Der Dürrenberger Klub hat die Meisterschaft geholt. Sehr schön. Und das heißt, Sie haben einen eindeutigen Sieber. Viele Grüße an Franken. Der Hubschrauber wird immer stärker. Hast du noch ein Thema? Nee. Ich würde sagen, bevor er hier landet. Dann würde ich sagen, es wird immer lauter, hier der Hubschrauber kommt. Wir wünschen euch schon mal alles Gute. Wir kommen zeitnah mit einer Sonderfolge zum 10-jährigen Jubiläum zurück. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, bis zum 28.06. Liebe Zeitreisende, vielen Dank fürs Zuhören. Das war es auch schon wieder mit der Folge. Gedanken könnt ihr gerne in Form eines Kommentars auf unserer Seite teilen, vorhundertpunkt.de. Dort erfahrt ihr auch, wie ihr uns unterstützen könnt. Vielen Dank. Natürlich muss der kommen, wenn wir aufnehmen. Das ist der Nachteil, wenn man so nah am Virchoklinikum aufnimmt. Ja, das ist ja klar. Aber es ist der erste Hubschrauber. Es ist krass, wie wenig Leute hier sind. Ja. Es war hier sonst immer richtig voll. Aber A, in der Woche und B, vielleicht haben wir wirklich hier das letzte Ende von diesem Park gefunden. Das Wetter ist auch nicht so gut, ne? Ne. Aber es ist schön mit dir. Deinem vorhundertjährigen. Wird sie nicht. Wird sie nicht. Don't touch it. Ja, wir haben es ja jetzt verstanden. Was kommt denn die Outtakes? Am Ende nochmal, damit der zur Ruhe kommt, etwas Hubschrauber. Der hat uns nicht bei der Aufnahme überrascht. Finde ich gut. Ja. Die Outtakes Vielen Dank.